Ich werde schon da Gibt es aber ein Tier? Nein, der Lopfen Mit dem Block Mit dem Block gesteckt Mit dem Block gesteckt So, warte, da musst du noch Wieso, wie weißt du, wo die hingehen? Ja, man muss das Sternenbild nachstellen Ja, aber wie, hast du da irgendwas, was... Das ist halt im Kopf Nein, wenn du das Skript in der Hand hast, dann... Leicht das am Boden, wo du das hingehen musst Wow Und tschüss Das... My duty is done My duty is so lange hier Tschüss. 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 So. Arthur steht eh schon bereit. Warte, wir werden die Bedingungen da sehen. Aber leichter als am Mond nicht mehr. Boah, wird schon gehen. Fünf. Vier. Drei. Drei. Zwei. Zwei. Eins. Pf. Muss ich da weg gehen. Ja super, das ist noch nicht erkannt dann. Oh fuck, das sind schon alles da. Ich dreh ihn. Komisch. Der Bär überlebt sich. Beglagt sich. Er hat ihn schon ordentlich genommen. Das heißt, zwei Sitzprozente. Yeaaaaaaaaaaaaaaay! Ha! Die Erde ist keine Scheibe, es ist ein Quadrat! Ich sehe dich nur im Zoom. So, ich will zum Mars. Und ich das auch. Da gibt es zwei Monde auch noch, Phobos und Demos. Ich weiß es nicht. Nein, wir wollen Mars, weil da gibt es ein Material, das wir brauchen. Ah, schau her, weiche Landung. Ganz was Neues. Ja, das ist rot, gell. Wer hätte das gedacht? Ich bliege einmal heim und schau, ob das funktioniert jetzt. Mit der Raketen? Ja. Das heißt, ich brauche einen besseren Anzug, ne? Ich habe gesehen, es gibt Therma-Unterwäschhaus quasi. Ich nehme auch ein Po. Oh, ich muss wegkriegen. Das dreist wahrscheinlich gleich den Tank, wo ich da neben mir stehen habe. Mit so einem Portal. Nein. Gieß mal. Schlecht. Ja. Ja! Der Lampen war mir vor dem Schirm. Der Lampen war mir vor dem Schirm. Der Lampen war mir vor dem Schirm. Ich bin bereit. Oder genau, die Kiste sind bereit. Wo ist die Kisten? Wo ist die Kisten? Und dort wo ich stehe. Da zuhause. Jawohl. Yes. 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 So, Luft. Hast du was ge wissen? Nee, Luft. Oder soll ich Hand teleportieren. Was ist Schild da? Luft hast du da. Ich denke, wie luftest du das? Wie? Ah ja, ah ja. Außerdem hast du sogar... Die hast du nicht geholfen, oder? Du brauchst nur ein Kanister, dann bist du schon wieder glücklich. Ja, Kanister, dann bist... ...safe. Ähm... So... Okay... Äh, wo du bist. So, wo komm ich da... Wie komm ich jetzt heim? Mit dem Astro-Dingens. So, Moment einmal. Du bist... Jetzt schau ich noch einmal unsere Dings an. Oh, ich hab eh nicht mehr viel... Wo kommt man da runter eigentlich jetzt? Wo der Teleporter-Steuerung hat? Ja, da. Äh, wichtig war, dass man... Climbing-Dings eingeschüttet hat. Ja, hab ich auch nicht. Dann kann ich da geben, glaube ich. Weil ich kann fliegen, oder? Kann ich fliegen? Ich kann fliegen. Aber meine Gräber sind ja alle weg. Deine... deine Gräber? Ja. Woher weißt das? Ja, weil die hier raus steigen auch nicht mehr. Warte, ich schmeiß dir mal da den Handschuh zu. Ich hoffe, ich bring mir das nicht runter beim... Aber ich kann ja fliegen. Ganz ruhig. Und das? Die 6 Herzen? Die 6 Herzen, die du mir reingeben hast, wie... Aktivieren sie? Essen! Essen! Also muss ich da ganz runter, oder was? Ziemlich weit runter. Nicht ganz. So, dass... Der Teleporter zeigt wirklich... Das ist ein Grob! Juuu... A lucky one! Wieso schmerzt du schon wieder? Ist was? Wo ist ein Grob? Bei mir ist ein Grob. Siehst du, kein Grob? Ich hab dir Essen nicht geschmissen. Ich hab dir Essen nicht geschmissen. Ich hab wieder alles. Was ist mit den ganzen Totenschirn da? Achso. Jetzt schauen wir sich mal die... Let's look at the crime scene. Der Receiver hat 100% voll. Metatransmitter 100% voll. Haha, da kannst du warten bis es nach 8 wird. Schaut glaube ich cool aus am Start. I think I don't keep the shit. Nein, ich hab mir eher gedacht. Aber hey, schau, ist das nicht ein gutes Omen, gesund gedacht? Ich hab ja noch nie einen Start vor außen gesehen, weißt? Wenn du eigentlich huckst auf irgendeiner Seite, oder zwei Seiten, hast du auch ein kleines Fenster, wo du ausgeschauen kannst. Ja, ja. Ja, das sieht man gleich. So. Space Launch. Warum Turn Left Turn Right? Muss ich das machen? Nein, davon brauchst du noch Sprit. Inventory. G ist Inventory. Ich komm wieder raus. Seht voll voll. Escape. Pass. Launch. Cool. Ich weiß ja doch, du hast das Launchpad upgraden müssen, für den Tier 3-Optik. Weil es so cool ausschaut, gell. Ja. Ich hab mir gedacht, das so wie beim S2. Und? Ob du sagst, da müsste es dann auftauchen auch. Ich glaub, du siehst links der Anzeige, wie hoch du bist. Ah ja, tatsächlich. Weg ist er. Ja. Die sieht man aber nicht. Nein! So, und jetzt muss ich drücken auf Mercury. Ja. Click Again to Zoom. Ich bin rechts oben auf Launch, glaub' ich. Ok, Ladebildschirm, ist das eh normal? Ja, weil das ist eigentlich eigene Dimension. Und du sagst, jetzt muss ich einfach warten? Ja. Reservance, ja, ja, ja. Ah ja, das ist ein Landingmodul. Oh, das beste Slowdown? Soll ich's machen? That's new. Das wird rot blinkt. Ja, Druckkalt. Wie, wie gleich beschossen? Nicht von mir. Was hast du da eingebaut? Ist das ein Glas, oder was ist das? Ja, das ist ein Gliedbüro. Ja, ich fürchte, die Thermopyjama sind noch gar nicht getestet worden auf ihre Funktionsfähigkeit. Und jetzt die Sonderstoffe geht? Naja, die passen sicher. Stell dir für. Mein Problem ist, ich bin grad runtergefallen. Ja, sehr selten. Da. Ah. Außerdem kannst du sehr hoch hucken. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Was ist jetzt schon wieder? Ich bin mit der Schmerz. 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 Kannst du das Sauerstiegel weiter oben lassen? Sicher. Ist es eigentlich nicht ganz unten? Es war einmal ganz unten. Bis eine Krippe explodiert ist. Du magst aber alles irgendwie kompliziert. Nein, spannend. Nicht kompliziert. Ich bin mit der Schmerz. Ich bin mit der Schmerz. Ich bin mit der Schmerz. Was muss ich drücken? Launch, Space. Wie geht denn das landen? Ganz einfach. Ach so. Das weiß ich nicht. Du hast du mehr Erfahrung als ich. Du kannst es ganz leicht merken. Die Space-Tasten. Du willst ja in. 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 In der Rolle. Ich habe keinen Sound. Ich habe keinen Sound. Ich habe auch keinen Sound. Was passiert? Nein! Ich bin ausgestiegen. Nein! Nein! Scheiße. Was passiert jetzt? Kommt es runter? Nein! Das ist eigentlich nicht. Naaais! Na gut! Bist du auch bereit? Ja! Bist du auch so bereit wie ich? Born Ready! Ah! Ah, ich will eigentlich. Ah, mein Glücklich. Einmal richtig. Geh. Alles voll. Starten. Und danach verboten. Aber ich drück F5 damit ich was seh. 20. Also. Ich starte. Da ist ja eine Anzeige nix. Pfff. Jetzt haben wir wenigstens Ton. Hat sich ausgezahlt. Wir haben Mond... Wir haben... Mondfensternis. Das trifft sich aber sehr gut. Oh, man brennt wenn man den... Feuerschweif reinfliegt. Jep. ... ... ... ... ... ... ... ... Ich kann das nicht füllen, ehrlich gesagt. Das wird schon. Okay. Ja, aber hey, jetzt weißt du, wie es mir gegangen ist. Ich habe mich nicht zuschauen können. Ich habe mich nicht zuschauen können, hast du noch was zu tun? Ja, das haben wir... Das haben wir aber nicht gewusst. Nein. Oder nicht da doch. Ja. Ja, sollte das jetzt so funktionieren, oder? Ja, ist das schein gescheit? Nein, ich bin. Check, Pending, na, hey, bleib oben, Sealed, steht nicht als Sealed. Wo ist er noch? Magst du vielleicht noch einen Transmitter gleich in Stellung bringen? Ja. Ja, warte mal so aus, da vorne spielen. Warte mal, wie war jetzt eigentlich der Plan? Ah ja, ich sollte... Ich habe mir einen Spacesuit und du fragst mir vielleicht den Zeig. Ja. Ja. Ich hoffe, der Spacesuit holt das so aus. Ja. Ich kann dir mein Spacesuit auch geben. Achso. Eigentlich kann ich bei uns gar alles da machen, wenn ich es da holt. Haha. Nein, nein. Du darfst erst heim teleportieren, dann geh wieder mit Zeig und dann. Okay. Okay, eigentlich gar nichts. Du hast schon einen Stromcheck gemacht. Aaaahhh. Beim Teleporter. What? Ich habe nur die Leften gegeben. Ich habe nur die Leften gegeben. Ich habe nur die Leften gegeben. Ich habe da voll den Leg jetzt drauf. Ich glaube durch den Stream. Ich bin in den Stream. Ich bin in den Stream. Okay, ich muss aber immer zuschauen. Oder? Am Renewentour ist wieder geschlossen. Ah, jetzt gehts wieder, ja. Du bist auch draußen. Nein. In den Stream habe ich geändert. Shit. Shit. Moment. Hast du mich einstellen probiert? Sag mal. Sag Bescheid. Und dann wachlst, dass ich weiß, wo ich nicht rennen muss. Okay. Das ist auch dumm. Wieso haben wir die Beenden aufgestellt? Wieso denken wir an sowas nicht? Ich fühle mir Sauerstoff nach und dann... Gehts. Stopp. Äh, ich bin ran. Geht? Ja, ich bin ran. I'm joining. Ah, das ist der Schaß, Quir. Du stellst mir Avatar schon ein echtes dumm. Und ich kann nichts machen. Das heißt, der erste Versuch wird es unzuschätzen. Du schaust ja. Aber du weißt dann, wo du auf die Welt gekommen bist. Du kannst eine Regulationsflasche auf mich schmeißen. Steino. Steino. Ok. Lava? Ich spawne immer in der Lava! Und zwar beim Dungeon. Ich sehe ja nicht einmal gescheit was. Ja, ich sehe dich. Du bist da unten in der Luka drin. Und du hast auch mein grob. Ihr habt ihn in die richtige Richtung schon mal. Oh, 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 oh! Sieht's? Ja, das habe ich nicht gesehen. Aber ich weiß nicht, macht das Sinn, dass ich alles zu bau oder... Gut, wenn wir bauerstellen. Nur ab wo? Es ist egal, du bist da mit dem Raumschiff gelandet. Darum ist da Point Zero. Siehst's? Ich will nur mehr spawnen. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Ich weiß nicht, ob du mein grob nicht wegfutterst. Ja, du musst dich dann vielleicht nochmal wegfahren. Ach so, das ist ja eh das schlecht. Da ist ja nichts gescheites drin, glaube ich. Wo ist da alles drin dann? So, da kommst du, wenn du jetzt da unten spawst, sowieso nicht rauf. Ich schau, dass ich da ein grüß darf. Ich hoffe, ich brauche. Ich würde sagen, ich spawnen immer wieder da unten. Das heißt, ich muss wirklich in den Raum hineinschauen. Ich habe das geprägt. Danke, dass ich da Coreseine unter dieses Branch. Ich bin ein ganzes Spiel. Da muss ich hier. Ich komme zu der kleinen Spiel. Drei. Ich bin ein ganzes Spiel. Ich bin ein ganzes Spiel. Ich bin ein sehr, das ist jetzt. So, ich hab jetzt zwei, probier's nochmal, ich hab jetzt zwei so Gerüste gebaut, äh Scaffolding. Wenn du die siehst, schaust du, dass du auf jeden Fall jetzt rauf gehst und dann oben, wenn du ganz oben bist, links. Ja. Na, was du in Thermal Protect reingemt? Was ist das? Das Modul musst du reinstecken, Hel. In den Sealer, sonst sorgt er nicht für Wärme. Ah, schön, ich hab das übrigens gebaut da, sehr toll. Was für, ich hab kein Thermal Protect. Achso. In der Kiste muss er noch drin sein. Ambient Thermal Controller. Ja, genau. Ja, ja, ist drin. So, so. Aber der Sauerstoff war ja schon gut. Bist du so weit? Ja. Wie raus geht's? Respawn. Ah, Lava, Lava, Lava. Ja. Ich hab das noch mal. Oder? Ja. Ja. Kannst du wirklich splashen? Oh, ihr lieb. ihr lieb. Cool. Schieft rechts? Position Saved. Yes! Du musst den jetzt noch auspacken. Der wird ja dann kaputt. Auspacken und anschließen. Ah ja, auspacken. Was wird kaputt? So, ich tu den aber trotzdem wieder auf die Zeiten legen da. Tadaaa! Grünes TNT! Ich glaube, das muss reichen, oder? Ja. Ist du wirklich so weit? Glaubst du, dass das so eine große Explosion ist? Es ist grünes TNT. Wo ist es möglich? Okay. So. meine Wertsachen Programmer. Echt? Ich habe keine Ahnung. Was war's denn eh? Was war's denn eh? Ich glaube, wir werden enttäuscht sein. So schaut's aus. Oh. 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 Du bist... Du stehst da unten. Na, du traust da was. Aber wo ist es überhaupt? Nein, ich sehe es. Ha ha. Ah. Ja, dann kommt mir ja nächsterne zünden. Ja, zönt einmal. Mal weiter. Drei. Zwei. Warte, ich glaube, der hat's was. Schau mal hin. Ha ha. Okay, es geht. Gut. Okay, da kann man wirklich weiterhin beibleiben. Was denn? Wo kommt man mit Expos... Ich sitze ihm durch hin. Ha ha ha. Gut, dass ein Poppendeckel über den Raketen ist. Shift was. Shift. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Schau mal. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Das ist ein Hund. Warte, Doc. Ja, luk ab rein. Oh, das ist eine wirkliche Idee. Warte. 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 Ich hab besser angerufen. So. Geht schon. Moment. Da sind wir. So. Da sind wir. Warum habe ich so viel Müll da eingesteckt? Ja. So. So ist er zünden. Ja. Und der ist eigentlich zu weit weg. Ja. Nein. Er ist wirklich dritt. Geil. Wow. Wow. Oh. Hey. Ich hab Schaden gekriegt. Ja. Ja. Aber du hast dich abgefressen gehabt vorher. Und ich bin ein und ausgestiegen. Naja. Aus und eingestiegen. Ich hab zwei Herzerlholtz mal angezogen. What? Jetzt hat es die Gerüstung an. Okay. Bin bereit. Dann schau ja. Se. 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 prozent so gut du musst dir erst dimensionen auswählen und so wuchzen getzen wie der kassaut launch kampfwien auf der karten sicherheit vorschirm warte ja ich bin eh da und die kisten land da ich land ja da sehr schnell muss ich sagen und feinde sind auch schon da so geht nicht was ich jetzt los sehen sind HALT das fahrt gar nicht runter ok das macht natürlich alles wie die 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 Das liegt doch nicht. Da haben wir gefehlt. Hahaha. Wir werden nicht zählen. Jetzt gehen wir hin. Geh, jetzt werden wir auf. Geh. 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 Geh.